Ich bin Künstlerin und habe meine allererste Kunstausstellung. Am Tag 1 haben wir morgens aufgebaut. Ich habe drei große Kunstwerke an die Wand gehängt meiner Typography Art Serie. Genauso wie Kunstprinz eingerahmt, dass man sich das eine Motiv eben auch mit nach Hause nehmen kann, wenn man möchte. Keine Sorge, ein Online-Shop ist in Arbeit. Ich versuche es dieses Jahr online zu kriegen. Um 12 haben wir dann die Türen geöffnet und ihr seht auch, die eine Leinwand ist leer. Ja, da ist nur eine Skizze drauf, denn ich werde vor Ort an einem Kunstwerk arbeiten als Live-Painting-Sessions. Das habe ich am ersten Tag gemacht und auch am zweiten Tag. An Tag 1 habe ich den Hintergrund gemalt und dann am nächsten Tag, an Tag 2, habe ich dann mit den Buchstaben weitergemacht und jeweils zwei Schichten Farbe aufgetragen. An Tag 3, also am Samstag, war auch noch unglaublich viel los. Also dann kann alle, die bei der Ausstellung vorbeigeschaut haben und dann haben wir auch schon wieder alles abgebaut. Also das Ganze war eine unglaublich besondere Erfahrung für mich. Ich sage euch auf jeden Fall Bescheid, wenn ich die nächste Ausstellung habe. Ich sage euch